Anfang 2023 wurde bekannt, dass die Ehe von Harald Glöckler und Dieter Schroth tatsächlich am Ende ist. Knapp ein halbes Jahr später machte der Modedesigner ein trauriges Geständnis über die Trennung. Harald Glöckler – traurige Beichte über Trennung von Dieter Schroth Nach 35 Jahren gehen Harald Glöckler, 58, und Dieter Schroth, 74, getrennte Wege. Nachdem der Modedesigner bereits 2022 im Dschungelcamp angedeutet hatte, dass es zwischen ihm und seinem Mann kriselt, wurde knapp ein Jahr später dann ganz offiziell die Trennung bekannt. Mittlerweile schaut der 58-Jährige aber wieder nach vorne. Kürzlich wurde sogar über eine neue Beziehung mit CDU-Politiker Marc-Erik Lehmann spekuliert, doch nach wenigen Wochen zogen er und Glöckler dann einen Schlussstrich. Der Designer offenbarte, festgestellt zu haben, dass er einfach noch nicht wieder bereit für eine neue Partnerschaft sei. Ich merke jetzt erst, wie unglücklich ich war. Ein Liebeskommeback mit Dieter Schroth scheint für Harald Glöckler aber ebenfalls ausgeschlossen. Gegenüber RTL gab der 58-Jährige nämlich vor kurzem zu, dass er erst nach der Trennung gemerkt hätte, wie sehr er in der Ehe gelitten hätte. Ich merke jetzt erst, wie unglücklich ich war. Wirklich, die Jahre, das habe ich nicht gemerkt. Und ich mache meinem Mann keinen Vorwurf wirklich nicht, gar nicht. Ich bin selber schuld. Man ist an seinem Glück und seinem Unglück selber schuld. Aber man muss es auch selber ändern. Man muss es auch selber ändern. Und ich habe das jetzt gemacht. Ich bin so froh, wirklich. Obwohl auch aus ihm und Marc-Erik Lehmann letztlich kein Liebespaar wurde, zeigt sich der Ex-Dschungelcamper optimistisch. Wir haben eine sehr schöne Zeit verlebt. Die haben wir aber auch vorher verlebt. Die verleben wir auch jetzt wieder. Aber diesen endgültigen Schritt jetzt schon wieder zu machen, bin ich noch nicht bereit. Wie es für ihn weitergeht, das kannst du dir jederzeit bei Herr Glöckler sucht das Glück auf RTL Plus anschauen.